Guck mal, kriegt den Steppenhatcher Jaja Er hat ja nicht mehr in der Inboard die loggen müssen Ja I'm throwing a grenade Onspot Wow, der Hack glitscht ja Der Der hat Igel gekauft Kann ich es sehen Hier hat Onspot und... Oh, schön Welcher war das? Der eine ist immer noch dahin Der eine ist beim Häusle Lege, 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 lege Achso rein Komm Er ist mit dahinten Der hat einen Diegel Der Pimburger Ich verstecke mich dahinter Ich gehe auf den Diffuse Der Hund Er ist einfach hochgeguckt Oh Mann ey Oh der andere hat sogar schon ein P250 gekauft Ich lege das einfach und shot dich zuerst von der Arm Ich glaube er wollte Cool tun was ich dem Kollegen habe Wie so ein Schreck Dass ich ihn einfach getötet habe Lol Timeout Und die haben ja noch mal einen Galil Ja Ich weiß nur du Aber sie ist schon Die Galil wird die Wolken Ah, nimm mir die grusige Analtstöpsel aus dem Gesicht Ich bin schon ein Fieberblasen wenn ich die Dinger sehe Aber es hört sich cool auch wenn sie rauszieht That's what she said So Ja das ist auf den Tisch der Sound Ich muss es nicht zuerst aus dem Inventar ziehen Oh stimmt Ja aber die Pistel gefällt mir aber eben weggenommen Jetzt äh Wo gehst du rein? Ich gehe wieder oben Halt über den Dropper Dann warte ich da kurz weg wenn du ready bist Ja Es geht mir nur darum dass ich etwas crossen kann Wenn du Oh Scout hast du gehört? Ja Ich bin da Ich bin da Oh fuck Ich habe schon einen Shot abgekriegt Ganz hinten links Oha Ah weil die Scout ist weg Wo ist der andere? Wo ist der andere? Der da oben? Ja Ja Ich bin da Ja Ich bin da 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 Ah, vom Spawn aus. Warte mal, ich komm nicht. Ah, ja. Ah, ok. Ich hab mir gedacht, warum sieht der mich so gut? Wir haben weggesmoked, jetzt sieht das nicht. Der wird sich jetzt hoffentlich nicht umdrehen. Ah, fuck it, oder? Hey, das hast du ja voll gehört. Wird's echt ohne Hitze manchmal. Nein, ich hab's noch verkehrt rumhoff. Achso. So, wo ist der eine Kollege? Achso, die Bombe sind hier hinten. Und ich weiß auch nicht, ob das Teil immer piepst hinten, wenn einer vorbeiluft. Wiederschauen. Reingehauen. Aber faul in die Fresse, wenn man mit der Diekel. Ah, Pain. Mhm. Ja, das sind wie die Spieler, die sind das genaue Gegenteil von der Fahrt. Die rushen nicht hirnlos rein, die campen sein bewusst. Und das müssen Rentner sein, weil sie mit Auge und Krieg spielen. Echt klar, oder? Komm ich auch mal droppen und schon kommt der Ding rein geflogen, oder? Nein, der kommt von hinter mir schon. Ich hab's mir fast gedacht, ein bisschen zu lang gewartet. Ja. Gut. Aua. Very much very well. Der hat nicht so gut geklappt. Na. Da bin ich schon gegangen. Hat nicht gut funktioniert. Der pusht jetzt da raus. Das ist schon komisch, gell. Ich kann stehen wo ich will. Ich krieg immer den Molly nachgeworfen. Da stehst du halt immer blöde davon. Egal wo. Wo war das kein Hit? Entschuldigung. Der letzte ist hinter uns. Er hat 50kp. In dem Durchgang letzten. Mann, fick mich doch. Oh. Habt er eh. Er kann nicht mehr. Ich hab immer mit eurer Granatenband. Ja, Erbo. Ja. Silber spielt mal ohne Granaten. Das kannst du anscheinend laufen. Werfen sie am Anfang von der Runde und guckt gar nicht. Erbo. Und sobald Granate verwendest, wirst du gefickt. Weil da kämmt keiner. Da rennt jeder bloß umeinander. So, Simon. Jetzt kriegst du schon, wie dahinter jetzt der Molly geflogen hat. Was? Wo war ich jetzt alleine? Aha, aber er hat rät sich. Auf einmal umhat. Er hat ja auch nicht schon spawnen und hat AWP. Er hat bei meinem Hüsler. Was war ich denn? Du musst zwar im Fehler AWP verwenden. Das ist nur eine kleine Bewegung, geliebber. Ich bin nicht gleich Ficke Ficke. Nein. Oh nein. Natürlich kommt der da jetzt bei links, oder? Ich glaube. Du berufst schon Zentimeter Glas vor der Schieber. Der ist natürlich auch ein Silberling mit einem 1300€ Bowie-Knife-Lore, oder? Natürlich, glaube ich, umsofort. Die meisten Leute mit den Skins spielen so wie Bruno, weil sie sich aufs Falsche im Spiel konzentrieren. Ich finde das ist genau das Richtige. Manchmal das mit den Skins, das ist schon ein Spiel. Das ist ein Hobby. Der ist noch Zeit für drei, das andere. Dass du wieder weitere Küsten kriegst. Ich glaube ja, wer der eine war. Handspotter, oder? Ist doch kein Driften. Ah, kein Geld mehr gekriegt. Ich weiß nicht, dass ich zwei mehr Sätze im Preis fahre und krieg. Gibt's ja nicht. Na. Ah, er schlag den. Ich hab's mir doch gedacht. Hätte der Smoke werfen sollen. Ja, der pusht dich von links. Oh Mann. Oh Mann, oh. 4-4, um Gottes Willen. You can do it. Ist ok. Irgendwann, 20-24, wir gehen auch mal rank. Doing good. Main, ist einer. Und er spielt die Egel. Ist hinter Elektro. Ab. Schön. Ist auch geil. Er reloadet wie ich. Denkt sich, jetzt bin ich smart und holt das Knife raus. Damit er mich knifen kann. Es hat nicht so funktioniert. Spoiler-Alarm. Let's go, let's go. Liam, down smoke. Auf Main ist ein Flash gekommen. Ja, der eine ist hinter Elektro. Gesehen. Bambi liegt da. Könnte wieder von hinten kommen. Oh ja. Guck. Ich hätte die Egel öfter spielen. Aber echt? Jetzt war das richtig kleine Hedge. Richtig schön. Ja. Zweiter richtig kacken. Na. Naja, aber der war jetzt gleich hektisch. Ja. Wenn er jetzt mal so nahe steht. Dass ich ihn ja angestuieren kann. Ah, Dreck. Wie verschießt der Molli. Wann er ist beim Kapp? Gabi? Der Hut. Wolltest du mir denn sonst noch die Beatser oder? Sonst schon wieder das Gaufe. Beim zweiten ist da mal kein Assist angestanden, ne? Doch. Ja dann, der zweite habe ich im Glück. Beim ersten war ich. Ja beim ersten nicht, ne. Jetzt warte. Wolltest du mir noch die Beatser? Ah, das ist ein Blödsinn. Ich würde nie was die Beatser, was nicht mir kann. Da würde ich jetzt fast zeigen. Der Train wird der Road to Global. What? Da sind... Wohohohoho. Scheiss. Wo, 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 wo? Ja da wo ich war. Da wo ich gestanden bin. Ist PUSH der Führer. Er hat der MP. Ich habe das Gefühl, ey ne, du hast wo der Hundling ist. Ah, er hat oben gebrannt, okay. Er links verdient, wenn er dafür geblendet hat. Ah, ich habe es doch gewusst, ey. Ja genau so, dass er deine Füße peaken kann. Ah, der hat mich komplett gesehen. Ja ja, aber wenn du hinten stehen bleibe würdest, meine was? Ja ja. Ich habe so schön deine Füße peaken. Ich habe Smoke geworfen. Ich wollte, dass er im Moment, dass ich von woanders komme, aber er hätte was anderes werfen sollen. Okay, ich habe mal Smoke abgekriegt. Wann habe ich? Ich bin aber low, gell? Futter schade. Ah ja, der ist dahinten. Ich verstecke mich im Heaven-Lober und warte vielleicht auf den Plan. Ich will der Double-Train. Er ist durch. Flaschen. Er ist voll Flaschen. Hn-Hm. In dem Fall Train ist doch Road to Global, hätte ich gesehen. Ich finde Train ist einfach ein bisschen balanced habe ich irgendwie das Gefühl. Aber die Dust1-Map, die ist ja ja im Normalen 5 gegen 5, oder? Ja, Kabel ohne. Aber in Wingman haben wir sie auch mal gekriegt, die Duster 1, die man gar nicht auskennt. Jaja, die ist aber, finde ich, die beschissenste Map. Du, als CT, man, du stirbst instant am Sporen, man. Ist voll übel. Ja, und du kannst als Tee einfach eine Smokehane werfen und direkt blenden. Ja, das ist doch schon genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.